Hallo, hier ist Ash von Ash5 und ich bin gerade im Auto mit Papa und Max und Mama sind gerade zu Edeka und da wollten die so ein Fleisch holen für heute Abend oder für morgen Mittag und jetzt bin ich im Auto und vertreibt mir die Zeit mit Slayer-Ju. Ja, ich war gerade eben 5366 groß und hab verloren. Ich glaub das jetzt mal nicht. So groß war ich und hab einfach verloren. Ich wollte die Kamera andersherum halten, damit man das... Okay, das hätte ich nachher bei der Bearbeitung gedreht. Warte, kann das hier sein? Ja, so ist gut. So, ich war 5366 einfach groß und hab gerade eben verloren. Und geht's jetzt auch gleich los? Ja, und mein Rekord wird 12993. Kipp mal das Ding ein bisschen. So, jetzt geht's los. Sonst spiegelt sich das ein bisschen oben zu dir ranziehen. Ja, nicht so süß, so ist es gut. Jetzt geht's los. Oh Gott, mal haben wir sehen, hab ich mir den... 32 groß. Ja, natürlich. Was soll das denn? 32 groß, ja. Und jetzt knack ich 32. Das geht ja einfach. Und 1030 hab ich geknackt mit 43. Den hol ich mir jetzt. Wow, wie groß ist der? Ich frag mich jetzt mal echt, wie groß der ist. Ist ja komisch, wenn der 4.000 wäre. Okay, ich war gerade eben nicht 5.000, da war ich hammer groß. Mein Rekord ist zwar 12... Ja, hab ihn. Ah, lecker, was zu essen. 1100. Irgendwas. Ja, toll. Den hol ich mir jetzt. Wieder ein großer. Nicht so schnell. Manu, kann ich in nem kreisen? Oh, oh, wow, oh, 2000 irgendwas. 2.600... Ich hab nicht hingeguckt. Okay. Nein. Also, man muss die ganze Zeit dabei bleiben, ne? Ich hab nicht hingeguckt und... Ich hab einfach weggeguckt. Wie viele Punkte hattest du? 2.678. Und vorher über 3.000, ne? Ja. Manu, mein Rekord ist 12.903, äh, 12.903 für mein Rekord. Ey, ich glaub's nicht. Also, wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, da, damit ich sehe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. 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 Musik ман